Deutschland sollte die EU nicht verlassen, weil wir erstens geopolitisch an Einfluss verlieren würden. Deutschland ist zu klein für diese große Welt. Wir können nur gemeinsam stark sein. Zweitens, wir würden Freiheit verlieren, überall Grenzkontrollen, unter Umständen unterschiedliche Währungen. Und außerdem würden wir Wohlstand verlieren und ökonomisch große Probleme bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017